Das ist meins Wer etwas überfordert hat zu 3-2-1 gesagt aus So, geht ja Willkommen zu a way out mit mir und den Dormundin Ich will nochmal den gleichen wie in der letzten Folge Ich bin ja hier um meinen Kumpel abzuholen, da wurde er gerade entlassen Dann sag ich einfach 1-3-2-1 Das stimmt ja auch auf eine Art und Weise Er wurde halt nur aus dem Gefängnis entlassen Und er wurde nicht entlassen, er ist getrugt Aber ist doch das gleiche Eigentlich stimmt das dann überhaupt nicht, oder? Oh, geil! Wir sind jetzt voll die Actionhelden Anders schwarzen den Garten, ich komme Meinst du, er wartet auf dich? M- tuta Er mag mich Ein größter Fan Du bist sicher, es ist ein guter Pilot, oder? Ja, ziemlich sicher Komm schon, Mann Du weißt, ich bin kein Fan von Heids Keine Angst Emily ist ein großer Pilot Sie wurde praktisch auf dem Flugzeug Ich bin kein Fan von Heidschern Ich bin kein Fan von Heidschern Ich bin ein großer Pilot Ich bin kein Fan von Heidschern Ich bin kein Fan von Halfway Fuck 2500 informabio blöcke Witzach Jetzt muss doch Bist du gut für das, Vince? Ja, ja. Wo gehst du? Wo denkst du? Mexiko! Du kennst das! Du kennst mich, Harvey! Ich versuchte, bitte! 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 Lass ihn weg. Oh! Danke! Danke! Oh, Gott! Du machst das richtig, Harvey! Du bist gut, Harvey! Du bist gut! Vielen Dank! Was denkst du? Wir brauchen mehr Männer. Er kommt. Entschuldigung. Hey, Juan. Dime, Chef. Wir brauchen mehr Männer. Ja, bitte. Wie viele? Alle? Aber was passiert? Du fragst mich viel. Okay. Oh! Nein! Ja, das ist... Haben ihn gegen gelassen. Ja. Nur nicht auf die Art und Weise, wie er es wollte. Hey. Hier geht's. Hey, Vincent. Wer war das Emily wirklich? Nicht mal fragen. Ja. Ja. Ich muss sie einfach reinfüllen. Hilf mir raus. Klar. Die Gas-Tank ist da oben. Ja. Na. Soll du sonst noch putzen? Wenn du schon so fragst? Okay. Mal. Was denkst du? Ist das ein guter Landspot? Lass mich mal sehen. Ja. Aber es wird eine lange Weg durch eine dunkle Wilde. Das ist gut. Du könntest hier auch eine Parachute herunternehmen. Das würde dich viel näher kommen. Nein, danke. Ich bin nicht gut mit Heiden. Alles, was du willst. Warte, Emily. Hast du Parachute hier? Ja. Ja. Hallo, Vincent. Bist du verrückt? Du kennst, wie viel Zeit das uns schützen würde? Ich bin nicht egal. Ich habe noch nie einen Parachute gesehen. Es ist nicht so schwer. Du ziehst einfach ein Kord. Right, Emily? Ja, technisch. Du bist richtig. Komm schon. Was sagst du? Du kannst ein bisschen mehr... Zuversicht haben, Emily. Aber ich würde... Hey, komm, man. Gib mir einmal. Nein. Natürlich willst du das. Oh, shit. All right, all right. Ich meine... How hard can it be, right? Ja, genau. Don't worry. You'll figure it out. And wait down. Hey, that's not even funny. Relax. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you're better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Sorry, that's just... It's... It's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Was ist das? Eine Tasche? Was siehst du doch? Kannst du bitte mein Lockbuch finden? Äh... Ja, klar. Hier. Hab ich. Oh. Ich gebe das zu Emily. Nö. Look what I found. Let's play. Come here. Hahahaha. Oh, bist du. Hier. Was war der Inju? Okay. Look what I found, man. Let's play. The grenade brothers. Hahahaha. A what? An arcade, man. Come on, let's play. I'll show you. Oh, easy. 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 Don't go crying if I beat the shit out of you, dog. Hahahaha. Thank you. Ja, schlecht bist du. Schlecht. Ich muss die Sterne ändern. Oh, wow. Na? Warm. 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 Fuck. Ich besiege dich in Grenade Brothers. Ich besiege dich in Grenade Brothers. Ich weiß. Thank you. Kannst du die Rundschaft bitte wegmachen? Origin. Wie schon in dem heutzutage genannten Schlag den Phelps. Na verdammt. Jetzt besiege ich dich wieder einmal. Oh, komm. Ich hab dir gesagt, man. Ich bin der fucking Boss und Scheiße. Hahahaha. 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 Mach mir das. Sinnvolle Sachen. Ja, ist okay. Mach euch. Okay, Leute. The plane is filled up. Unplug the fuel line. So. Ich arbeite hier einmal, ne? Ja, weil du sonst nichts tun hast. Ja, aber es macht mir nur Spaß. Hab ich schon gemacht. Sonst nur etwas, was ich hier scheiße bauen kann. Schlag den Phelps. 20, 22. Ah, ah. Erstmal trainieren. Ich muss pumpen bevor wir ihn umbringen. Haha. So. Wie, damit du ihn umpumpen kannst? Ja. Damit ich ihn in meine Mucki steigen kann. Vielleicht in, ja, meine Waffenshow. So. Ja. Komm, die 10 schaffe ich noch. Hey, get in. Let's go. Come on, guys. Get in the plane. Das dauert noch ein bisschen. Was? Hahahaha. Los. 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 Was bisser? Ne Mämme? Neun. Perfettig. Perfettig. So, aber ich muss noch mal aussteigen. Dein ist da. Ich werd dich wieder beim Dart besie- Ey, bist du blöd? Bist du im Weg? Hallo, ich will Dart spielen! Bist du im Weg? Bist du im Weg? Blöd, Mann. Dann mach du halt zuerst. Achso, ich dachte wir können gegeneinander spielen. Ja, egal. Nein! Deswegen sag ich doch, du bist im Weg! Ooooooh. Ah! Können wir ja auch nehmen. Ha! 81! 80! Ha! Better leave it alone. Wieso? Krieg ich jetzt weg? Alright, I got this. Mach mein eigenes Ding. Fuck! Das ist doch so ein Mist, ey. Das ist doch so ein Mist, ey. Ja, dann nachts schlag ich locker. Ja, das ist ja noch nicht mein finales Go, aber. Beat this! So, 60! Beat this! 120! 120! Verpiss dich. Come on, guys! 120! Tja. Einmal muss ich jetzt... Na, nochmal. Ich hätte schon gestohlen. Ich hab drei Versuche gehabt. So drei Runden. Die drei Runden gönne ich dir noch. Ja, ne, war easy. Ja, und weil du bei mir abgeguckt hast, ganz klar. So, steig rein. Hey Vincent, come on, let's go. Emily hasst dich schon. Guck mal, noch was zu trinken. Ach so! Da ist ein Becher. Ja, ich hab einfach so getrunken. Ja, ich hab mich gut. Ist doch schön. Na, komm mal, ich esse noch was. Proviant, ne, ist wichtig. Lernen machen kann man niemanden umbringen. Ja, ohne einen Flug dorthin kann man auch niemanden umbringen. Also steig ein. Mach ich doch gleich, mach ich doch gleich. Jetzt. Guck mal, guck ich doch rufuhr. Ja. Jetzt steig ein. Sonst bring ich dich um. Los, ne, die Tür. Ach so, deine... Falsche Seite. Sorry. Jum. Ich stell mich mit Flugzeugen nicht aus. Ah, gut. So. Gehen wir mal los. Ich hoffe, wir sterben nicht. Ich hoffe, wir sterben nicht. Ist doch One-Way-Ticket zu Mexiko. Ist ja bei uns das Gleiche. Die Erwartungen bei uns sind sehr unterschiedlich. Ich hab schon wieder getrennt, dass ich auch drauf wäre. Nervous? Nein. Du? Ein bisschen. Nur genug, um mich zu fokussieren. Das ist gut. Ja. Du weißt, ich habe mich über deine Situation mit deinem Frau. Ich habe eine Lösung für dich. Okay. Alter, da kann ich nicht mit ihr reden. Ich will nicht interferieren. Aber ich hatte eine ähnliche Situation mit Linda. Ich habe entschieden, dass ihr eine Art. Und es funktioniert. Ich legte es alles raus. Und sie gab mir eine zweite Chance. Du weißt? Ich sage nur, dass eine Art wirklich hilft. Du weißt? Ich meine... Natürlich. Es ist auf dich. Ich sage nur, dass es für mich funktioniert. Aber es hat nicht... Du weißt? Ich sage nur, es ist alles gut. Das ist alles. Du weißt? Ja, aber ich bin nicht wirklich der Schreibende. Ja, ja, ja. Es war einfach eine Idee. Es ist einfach... Anyway, congrats auf der Baby. Ich bin wirklich glücklich für dich. Danke. Ja. Danke. 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 Ja. Bei uns ist es gut. Wir treiben uns an die dritten Pläne. Sind du bereit, Leo? Nein. Hey, remember, spread your arms and legs to fall slower and maneuver yourself. And don't forget to pull this shoot in time. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Ja. Aber das ist der Spaß davon. Wie wenig. Hm. Alright. One, two, come on, go! Oh shit! Wait, I can do this. I'm okay. I'm okay. Ich hasse dich. Ja, komm. Hui. Ich hasse dich sehr. Vincent! Vincent! Why do I pull the cord? Fuck this! Oh shit! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ähm. Ah, 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 ah! This can't fuck the fuck up! Ah! Ah, Diane! This is not the fuck's ass! Ah, ah! Fyro! Kannst du mir da helfen? Ja. Komm, ich schadier! Ah, 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 ah. Wo ist die? Hilfe! Vincent! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ah, ich bin bereit! 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 Du bist verrückt! Ich bin bereit! Wenn du mir sagst... Ich glaube ich nicht... Wieso? Wenn du mir sagst... Ok! Und ich war ganzen alt und glücklich! Ich will noch mehr! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich verstehe mir drei Fragen! Das ist es? Warum hast du den Arm? Was heißt das? Wie gesagt, ich war 8 Jahre alt! Habt ihr gekriegt? Okay, ich hab genug Ich lasse dich wissen, dass du dich in die Stuhl-Packen hast Ich bin mein Geist Mache, dass du dir viel mehr als ein Arm verbringst Ich liebe dich, Mann Nein, du nicht Doch Ja Ich mein, du hast mich literally in meinen Tod reingeworfen Du griffst doch noch Ich hab dich nicht, Leo Jungs nicht, Leo Ich hab dich noch nicht mal fest Ich hab dich noch nicht mal fest Wie kann ich dich in deinen Tod schmeißen? Also, jetzt in der Situation Weißt du, was ich mein? Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß Ich meinte ja, was Leo gesagt hat Ich hab nur gesagt, ich hab fast gestorben Nein, du hast nicht Oh, Scheiße Du kannst nicht sein, dass ich nicht fast gestorben wäre Du bist auch nicht Doch, bin ich Nein Aber, ich würd sagen Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge Von The Way Out Bis dann, haut rein Und tschüss 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 Vielen Dank.